Alles klar! Bibelklar! Alles klar! Bibelklar! Alles klar! Bibelklar! Ja, Perstner. Первый человек из земли. Perstner. Ja, ok. Was heißt das? Что это значит? Ist das ein Vorteil? Ist das ein Nachteil? Это какое-то преимущество, wenn du das unterhältst. Adam und Eva. sind im Paradies. Aber sie sind irdisch. Das ist eigentlich ganz neutral. Das kann man nicht sagen, dass das schlecht war. Sie waren geschaffen nach Gottes Bild. Völlig rein und sauber. Ohne jede Sünde. Bez единого греха. Aber irdisch. Natürlich. Was ist denn das Problem? А в чем же das Problem? Sie waren nicht geistlich gesinnt. Sie waren nicht geistlich. 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 Wieso? Wie kann man das sagen? Komm, wir lesen es. Eine Versuchung. Eine Versuchung, worauf sie reagieren sollte. Gott hat gesagt, ihr dürft da nicht von essen. Lasst das. Seid gehorsam. Eva sieht den Baum und die Frucht war noch nicht so verschimmelt und hässlich. он не выглядит ужасно или не был он покрыт Das war schön für die Augen anzugucken. это так приятно было на взгляд на глаза Für das natürliche Ansicht was Schönes. Und die Schlange sagt ihr für ihre hörbaren Ohren die Lüge es davon und du wirst sein wie Gott. Und was macht sie? was она делает sie sündigt und sie griecht. Warum sündigt sie? Warum sündigt sie? Was hätte sie machen sollen um nicht zu sündigen? Sie hätte doch erst einmal fragen sollen. Stimmt das so wie das dargestellt wird? Es ist von der Frucht das wird dich glücklich machen der Teufel kommt zu dir und zu mir Sündige und die Sünde wird dich glücklich machen Und wenn ich irdisch gesinnt bin Das heißt was heißt das? Ich achte nur auf das Sichtbare Ja Es sieht so aus Das macht mich glücklich jetzt Oh der Alkohol wenn ich mich jetzt bedrinke dann bin ich jetzt vielleicht weg Oder nur eine kleine Lüge brauche ich und dann bin ich aus meinen Schwierigkeiten raus Und wir fällen so viele Entscheidungen in unserem Leben Für oder gegen die Sünde Für oder gegen das Fleisch Und dann ist die Frage Hast du etwas von Jesu Geist in dir? Wenn du etwas von Jesu Geist in dir Denn der Geist Jesu wird dir immer signalisieren Bleib weg von dem Bösen Mit aller Entschiedenheit wird er versuchen dich zu der richtigen Entscheidung zu zwingen Aber mein natürliches Dasein mein normales Denken sagt mir Ach mach worauf du gerade Lust hast Ach mach jetzt und stelle dort wo du hast wo du hast und deine Wünsche Aber das ist gefährlich deine Wünsche und deine Lüste Aber das ist gefährlich deine Wünsche und deine Lüste Und Jesus versucht mir Signale zu schicken Wir wissen Adam und Eva konnten Gottvater am Abend begegnen jeden Abend Und sie hätten sagen können Komm wir warten bis zum Abend Am Abend können wir diese Sache mit dem Vater besprechen Komm Schlange dann kannst du auch dabei sein Sollen wir essen von dem Baum oder sollen wir nicht essen von dem Baum Und der Geist Gottes hätte ihnen signalisieren sollen Wer ist Gott Gott ist nicht nur am Abend da Gott ist ein allgegenwärtiger Gott Das heißt er ist immer da Auch in der Minute wo du mit der Schlange sprichst Und wo du södigst Er ist doch da Er sieht alles Er weiß alles Wer ist Gott Gott ist Geist Und Geist ist nicht weg Der ist nie weg Aber daran hat Eva nicht gedacht Eva hat natürlich gedacht Vielleicht Ach der Vater ist ja jetzt nicht da der sieht uns jetzt nicht Komm wir machen einfach das was verboten ist Und dann gucken wir was dabei rauskommt Wie schade Und das ist nur weil sie keinerlei in ihrem Herzen Signal bekommen konnte Der verbotene Frucht schaut wunderschön aus Für die natürlichen Augen Das muss ich haben Den Diamanten Den möchte ich stehlen Aber der Geist hätte ihr sagen wollen Das wird so ein großer Fehler Mach es nicht Mach es nicht Bitte lass es Und dann geht es weiter Nächster Vers Следующий Stich Und dann geht es weiter näher gekommen. Einen Schritt näher. Jetzt wisst ihr, was gut und böse ist. Aber ihr seid hundert oder wie viele Schritte weiter weg von der Gottgleichheit. Wir lesen wieder den nächsten Vers. Wir lesen wieder den nächsten Vers. Weil Adam sagt, потому что помышление сердца человеческого это от юности его. Ja, wo kommt das her? Откуда же это пришло? Jetzt sind die Menschen in ihrem Herzen böse von Jugend auf. Um wen geht es hier? Um uns alle. Um uns. Und die Bibel sagt, irdisch gesinnt sein. Ihr denkt nicht an das Geistliche. Ihr denkt an das Natürliche. Und dann ist euer Herz voll von bösen Gedanken. Wo kommt das her? Wer hat das gemacht? Das ist dein Egoismus. Das ist dein Selbst. Und wie typisch reagiert der Egoist? Wir lesen weiter. Adam сказал Jena, которую ты мне дал, она дала мне от дерева и я ел. Ja, ganz einfach. So löst Adam das Sündenproblem. Ach, так решает Adam Problem у греха. Also jetzt habe ich gesündigt. Es ist deutlich geworden. Это стало ясно. Kann ich es nicht mehr verstecken? Ich kann es nicht leugnen? Aber ich kann doch zumindest sagen. Die Schuld ist doch nicht bei mir. Ich habe gerade geschlafen. Und die böse Eva hat mir den Frucht in den Mund reingedrückt. Oh а это злая моя Eva принесла и плот во мне вбегнула Ich bin überwältigt worden. Ich konnte ja nichts dafür dass ich gesündigt habe. Oh и я вообще даже ничего не мог бы подумать что я с schuld. Und weißt du was lieber Gott? Warum hast du mir die Eva gegeben? Ich habe immer so Ärger mit der Eva Du hast sie mir gegeben? Was soll das passieren? Gott war das nicht dein Fehler? Das war ein Fehler von dir. Hätte ich keine Eva gehabt hätte ich nicht gesündigt. Ist das die Wahrheit? Nein es ist nicht und Adam kann die Wahrheit nicht sehen. Er sieht nichts von seiner Schuld. Er ist so unschuldig. Gott muss sich bei ihm entschuldigen. schuldig. Warum läuft eine schwanger rum? Gott hättest du nicht aufpassen müssen? schuldig. Aber was ist denn mit meiner schuld? Was mache ich in meinem Leben? Mit meinem Leben? Jeder von uns hat tausende Umstände, die sein Leben formen. Und dann kann ich mich selber abfragen. warum habe ich die und die Umstände? Wen sehe ich in meinem Leben ist die Ursache? Und wenn du dann sagst, ich habe 10.000 Anklagen gegen andere, gegen Umstände und auch gegen den allmächtigen Gott. Gott warum? Ist die Situation so? Ist die Situation so? Was wird mir das helfen? Könnte ich nicht eine andere Perspektive bekommen? Dass der Heilige Geist mir innerlich die Frage stellen kann, Matthias, wo bist du schuld? Und jeder von uns muss seinen eigenen Namen einsetzen und plötzlich fällt es dir dann wie Schuppen von den Augen und du kommst dahin deine eigenen Fehler zu betrachten und dein Herz wird vom Heiligen Geist Berührt um nicht härter und härter und härter zu werden sondern das zu machen was Adam nicht gemacht hat was hat Adam nicht gemacht kein Wort von Entschuldigung hat er ja gar nicht nötig in seinen eigenen Augen war er ja nicht schuldig und so muss jeder von uns bei sich selbst anfangen kann und kann irgendein anderes Herz verändern aber du kannst dein eigenes Herz verändern und wo beginnt es und wo beginnt es aber ich bin vor Gott verantwortlich für meine Sünden und für mein Herz wir lesen noch einmal den Vers Möchtest du gern Barmherzigkeit Gnade ganz einfach bekenne deine Schuld Adam sag ich habe einen großen Fehler gemacht einen riesen Fehler aber was macht Adam er hat gewusst Gott hat es vorher gesagt wenn ihr davon eset werdet ihr das Tode sterben jetzt stellt euch vor er wusste natürlich noch nicht was ist ein Tod es gab ja kein Tod aber er konnte sich denken das muss was Schlimmes Strafe sein Nun stellt euch vor Gott hätte gesagt Eva du musst jetzt heute sterben Dein Todesurteil wie hätte Adam dann womöglich reagiert hätte er dann gesagt Oh Gott bitte lass meine liebe Eva nicht sterben Ich hab sie doch lieb und ich brauch sie doch noch für mein Leben und guck es war doch auch meine Schuld lass doch ich will bestraft werden aber verschone doch meine liebe Eva das wäre die Gesinnung des Geistes gewesen das wäre echte Gottesliebe gewesen aber ich vermute dass er in der Situation eher gesagt hätte ja guter Gott das ist richtig Eva ist selber schuld lass sie sterben sie hat mir nur Schwierigkeiten gemacht es geschieht dir doch recht was für Gesinnungen sind in meinem und deinem Leben wenn wir in Konflikte mit unseren Mitmenschen kommen frag dich selber ab und dann sam себе вопрос und du wirst entweder entdeckst du sünder oder du entdeckst echte Jesusliebe das son 하 ua an witness att Vielen Dank.